Gute Text-to-Speech-Modelle, also Modelle, die Text vorlesen und in Sprache vertonen, waren bislang sehr, sehr rar, wenn ihr sie auf eurem PC ausführen wolltet. Und genau das ist ja eigentlich der Punkt, wo es uns nicht so viel kostet, vor allem, wenn die Leistung nicht so hoch ist. Aber jetzt gibt es das tatsächlich, und zwar mit Kokoro. Ich will euch das heute zeigen, wie wir es benutzen können, was es genau ist, und ja, dann natürlich auch, wie wir es installieren und ausführen können in Python-Code. Ihr müsst ein bisschen programmieren können, aber keine Sorge, das ist nicht schwer, vor allem zeige ich euch natürlich alles. Okay, wir schauen uns das Ganze erstmal an. Kokoro hat 82 Millionen Parameter. Das hört sich viel an, ist aber fairerweise extrem wenig, wenn wir es vergleichen mit X-TTS zum Beispiel, das 467 Millionen hat, oder gar Meta-Voice, das 1,2 Milliarden Parameter hat. Es ist deutlich, deutlich kleiner und es hört sich verdammt gut an, und deswegen ist es auch tatsächlich auf Platz 1 bei TTS Spaces Arena, während X-TTS Platz 2 ist, Edge ist Platz 3 und Meta-Voice ist Platz 4. Und wir hören uns einfach mal ein Sample an. Kokoro ist ein Frontier-TTS-Modell für seine Größe von 82 Millionen Parameter. Auf dem 25. Dezember 2024, Kokoro... So, ich glaube, das reicht schon. Das ist schon sehr, sehr beeindruckend. Kleiner Hinweis hier allerdings, es wird noch kein Deutsch unterstützt. Wenn ihr das Ganze ausprobieren wollt, ihr könnt das online als Hosted-Demo finden. Und hier habt ihr zur Auswahl einmal Englisch, US-Englisch, Britisches Englisch, Französisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch. Kein Deutsch bislang zumindest. Und Open Source ist auch noch nicht alles davon. Wir sind bei der Version 0.19, die wir zur Verfügung haben. Und da haben wir auch nicht so viele Stimmen. Welche Stimmen wir genau haben, das zeige ich euch nachher noch. Aber hier, das ist die neueste Version, die man hier zur Verfügung hat. Die wird wahrscheinlich dann noch irgendwann kommen. Sie haben aber angegeben, dass sie noch nicht wissen, wann genau das sein wird. Okay. Gut, was müssen wir dazu machen? Naja, wir müssen es natürlich installieren. Und hier ist ein bisschen Python-Code. Ich habe das Ganze jetzt hier tatsächlich auf meinem Windows-Rechner. Ja, weirde Entscheidung. Ich weiß, das ist die schwerere Entscheidung. Aber ich weiß, dass die meisten von euch tatsächlich immer noch bei Windows sind. Deswegen zeige ich euch es damit. Mit Linux ist es einfacher. Deswegen, da braucht ihr wahrscheinlich meine Hilfe nicht so sehr. So, bevor wir uns das aber angucken, einmal ganz kurz der Hinweis. Kurz Werbung in eigener Sache. Ich habe meinen eigenen News-Feed rausgebracht als RSS-Feed. Das heißt, ihr könnt ihn einfach in einen RSS-Reader reinpacken und verpasst dann keine Nachrichten mehr. Was sehr, sehr cool ist. Alles im Bereich Technik ist da. Und ja, das sind all die Kategorien, die ihr euch selber customisen könnt. Ihr könnt das Ganze so einstellen. Zum Beispiel, ey, ich möchte alles, was in der Cyber Security 7, 8, 9 und 10 ist. 10 ist ultra wichtig. 7 ist schon wichtig, aber halt nicht so wichtig. Und dann können wir zum Beispiel sagen, ey, bei Hardware will ich wirklich alles mitkriegen. Also zum Beispiel alles, was 1 oder mehr ist. Und dann kriegt ihr, den zeige ich euch jetzt natürlich nicht, weil er auf Patreon ist. Dann kriegt ihr hier unten einen kleinen Link. Das ist euer RSS-Feed. Und dort könnt ihr dann wirklich alle News sehen, die für euch relevant sind. Ich finde das ehrlich gesagt, glaube ich, eine sehr, sehr nützliche Sache. Und deswegen, ja, auf Patreon bekommt ihr das komplett. Vielen Dank für die Leute, die mich da schon seit einer Ewigkeit unterstützen. Das macht natürlich auch einfach meine Arbeit hier möglich und ein bisschen mehr Flexibilität, was mein Content angeht. So, weiter geht's mit all dem Spaß hier. Und zwar, was ihr erstmal braucht, um das Ganze ausführen zu können, sind drei kleine Voraussetzungen. Also wie gesagt, einmal Python. Ich benutze für das Video hier Python Version 3.10. Ihr könnt aber auch eine spätere Version benutzen. Ihr braucht Git. Das nehme ich einfach mal an, dass ich es installiert habe. Das haben die allermeisten installiert. Aber ihr braucht auch Git LFS. Git LFS steht für Git Large File Storage, was im Endeffekt solche riesigen Dateien hier, die, okay, so riesig sind die gar nicht, 300 irgendwas Megabyte, dann auch per Git versionierbar macht. Das müsst ihr separat installieren. Das ist nicht bei Git standardmäßig dabei. Bekommt ihr über Git LFS. Das ist unten verlinkt. Selbstverständlich könnt ihr euch da holen. Und ihr könnt das hier einfach runterladen, also Download klicken. Dann bekommt ihr eine ausführbare Datei, die einmal ausführen, installieren. Und anschließend öffnet ihr eine PowerShell und gebt dort ein Git LFS Install. Dann sollte kommen Git LFS Initialized. Achtet darauf, dass ihr zuerst die Installation fertig macht und dann erst die PowerShell startet unter Windows. Ansonsten rafft die PowerShell nicht, dass ihr plötzlich was Neues habt. Ansonsten einmal zumachen, neu aufmachen und dann ist es da. Windows ist ein bisschen langsam, nicht wundern. So, das ist das Erste und Wichtigste wahrscheinlich, damit ihr überhaupt alles machen könnt. Anschließend wollt ihr das ganze Repository klonen. Das macht ihr, indem ihr diesen wunderschönen Befehl hier kopiert, also Git Clone und dann das Repository hier oben. Und das können wir hier einfach eingeben und dann wird mir das in mein Verzeichnis geklont. So, dann bekomme ich den gesamten Code inklusive den gesamten Modellen, weil wir ja Git LFS installiert haben, bekomme ich lokal bei mir. Und während das runterlädt, könnt ihr noch eine zweite Sache installieren. Ihr braucht nämlich eSpeak. eSpeak ist eine, ja, ist im Endeffekt eine Bibliothek. Eigentlich ein Open Source Speech Synthesizer. Das heißt, der liest quasi vor, aber halt auf eine andere Art und Weise. Ist ursprünglich gedacht gewesen für Leute, die vielleicht den Text nicht so gut lesen können, dass der einfach vorgelesen wird. Und das ist schon sehr, sehr hilfreich. Hört sich aber nicht so ganz so gut an, leider. Ähm, deswegen, ihr könnt hier unter Releases auf der rechten Seite, ich zeige euch das, eine Sekunde. Hier, bei Releases, direkt über mein Bild, könnt ihr draufklicken und dann landet ihr hier. Ich benutze für das Video hier Version 1.52. Neuere Versionen sollten funktionieren, falls ihr das Video zu einem späteren Zeitpunkt guckt. Aber, falls ihr da Schwierigkeiten habt, nehmt einfach die hier. Mit der geht das wirklich gut. Ähm, unter Windows wollt ihr die eSpeak-ng.msi-Datei runterladen. Da draufklicken, dann bekommt ihr eine ausfüllbare Datei, die auch wieder ausfüllen bitte. Einmal installieren und dann habt ihr das. Ihr müsst trotzdem noch ein bisschen was am Code ändern, das zeige ich euch sofort. Aber, äh, damit habt ihr erstmal die Voraussetzungen erfüllt. So, das heißt einmal Git Large File Storage. Wie gesagt, Link ist unten. Dann braucht ihr eSpeak und ihr braucht natürlich den Code von diesem Repository, den ihr über Git Clone bekommen habt. Damit habt ihr fast alles. Jetzt brauchen wir nur noch die, ähm, Python-Bibliotheken, die hier verwendet werden, nämlich die hier. Dazu einmal diesen Befehl hier kopieren. Also pip install, das minus Q braucht ihr nicht unbedingt. Phonemizer, Torch, Transformers, SciPy und Munch. In meinem Fall, da ich mehrere Python-Versionen installiert habe und das hier installieren möchte, muss ich Pi minus 3.10 angeben. Das ist meine Version. Und dann minus M und dann pip installen. Aber in eurem Fall wahrscheinlich funktioniert das für euch wunderbar über pip install, ohne dass ihr was vorne dran habt. Könnt ihr einfach ausprobieren und dann sollte das gehen. So, wie gesagt, das habe ich schon gemacht. Äh, dementsprechend kommt hier überall Requirement Already Satisfied. Bei euch wird das ein bisschen dauern, also nicht wundern. Das kann durchaus mal einiges an Zeit fressen, ähm, weil es viel runterladen muss, viel installieren muss. So, und dann können wir in den Code springen. Und ich mache das Ganze immer ganz gerne mit PyCharm. Ähm, könnt aber auch einfach via-code benutzen, das ist gar kein Problem. Und ich spring mal woanders mit meinem Bild. So, das ist genau der Ordner. Also Kokoro 82M, das ist das, was ihr runtergeladen habt über Git Clone. Ich bin jetzt in diesem Ordner drin, habe den einfach als Projekt hier drin geöffnet und habe eine neue Datei namens main.py erstellt. Eine Sekunde. Die main.py Datei findet sich im ganz normal selben Ordner. Ihr müsst die auch nicht main nennen, ihr könnt die nennen, wie ihr wollt. Einfach im Ordner von Kokoro 82M drin muss eine main.py Datei sein. So, die ist, ähm, wenn ich nicht blind bin, hier, main.py. Okay, ähm, und die hat jetzt den folgenden Code. Den habe ich quasi eins zu eins von hier kopiert mit ein paar kleinen Änderungen. Ähm, das ist von dem Repository. Ihr könnt hier einfach wirklich den Code nehmen und den hier rein kopieren. Und dann habt ihr eben hier oben die Imports, also from Models, Import und Import Torch. Dann habt ihr hier das Device, ihr habt die ganzen Voices, ihr habt das hier. Und anschließend hättet ihr theoretisch, hier, nochmal ganz kurz nebenbei, ähm, das ist from Models, das sind die, so weiter und so fort, das sind die Modelle. Und hier wird schon gebaut, also bei Generate wird schon gebaut. Das Generate ist das hier. Aber hier habt ihr jetzt die Möglichkeit, ähm, also das hier ist ursprünglich für Jupyter oder für Google Colab gedacht gewesen und benutzt IPython. Ähm, ich wollte aber die Datei speichern als Out.mp3 und hier habe ich jetzt einfach einen anderen Weg genommen. Also das heißt, ich mache nicht Display Audio, sondern ich sage, ähm, wir importieren NumPy, wir importieren PyDub. Ähm, das ist, falls ihr es auch nicht installiert habt, auch eine Python-Bibliothek, könnt ihr einfach installieren, das ist gar kein Thema. Und, ähm, dann bekommt ihr hier Normalized Audio ist gleich NumPy.int16, Audio durch npmax, mal 32.767. Und anschließend könnt ihr ein Audio-Segment bauen, genau so, also indem ihr sagt, das sind meine Daten, nämlich die normalisierten Audio-Daten. Dann haben wir die Sample Width, die ist hier auch drin. Dann haben wir die Framerate und dann haben wir einen Kanal. So, und anschließend wollen wir das Ganze nur noch exportieren, nämlich als Audio-Segment.export. Ich habe hier einfach mal gesagt, hey, nenn das Ding bitte Output.mp3 und Format mp3. Und das Printen brauchen wir eigentlich nicht mal, das war davor schon drin. So, und damit speichert uns das ganze Ding als, ähm, als Audio. Jetzt haben wir nur noch eine Sache und die ist speziell für die Windows-User unter euch. Ich habe da schon angekündigt, es gibt eine kleine Änderung am Code, die ihr machen müsst. Und zwar, ihr müsst einmal OS importieren und die Umgebungsvariablen für eSpeak setzen. Das passiert nicht automatisch, unter Linux passiert das automatisch. Ähm, unter Windows müsst ihr das selber machen. Dazu guckt einmal bitte bei euch nach. Normalerweise sollte unter C, ähm, dann Program Files, dann eSpeak ng, sollten zwei Dateien liegen. Das ist bei mir dieser Ordner hier. Und zwar, ähm, einmal eSpeak-ng.exe und die Lipspeak-ng.dll. Das sind die beiden Dateien, die ihr dringend braucht. Ähm, und die sind hier jeweils eingebunden. Einmal als Phonemizer eSpeak-Library. Das ist, wie gesagt, Phonemizer, habt ihr vorhin per PIP installiert im besten Fall. Dann haben wir einmal Phonemizer eSpeak-Path. Das ist genau das hier zur .exe-Datei. So, die müsst ihr reinbauen. Achtet auf das R vorne dran, ähm, damit der Pfad als Raw-Path erkannt wird. Und dann funktioniert das Ganze auch wunderbar unter Windows. Ihr müsst halt einfach die Umgebungsvariablen setzen und diese beiden Zeilen verhindern, dass ihr das jedes Mal in eurer Kommandozeile machen müsst, sondern ihr könnt das einfach so benutzen. Okay, perfekt. Und jetzt könnt ihr hier einfach eingeben, was ihr zu, ähm, zu Sprache umwandeln wollt. Ich hab hier einfach mal den Standard gelassen, kann das Ganze jetzt hier einfach ausführen mit Run-Main und bekomme dann eine kleine Ausgabe. Es dauert ein bisschen. Ich lass das einfach mal in Echtzeit weiterlaufen, ähm, damit ihr seht, wie lange das auf meinem Rechner läuft. Das läuft übrigens über die Grafikkarte, sehen wir hier. Und, ähm, dauert ein bisschen, bis es dann da ist. Wenn ihr keine Grafikkarte habt, dann hat das Skript das schon tatsächlich da, ist es fertig. Ähm, und sagt dann einfach, es benutzt die CPU, falls ihr keine Grafikkarte mit CUDA habt. Ihr braucht CUDA, um, ähm, PyTorch über eure Grafikkarte ausführen zu können. So, ähm, und ja, hier sagt es uns Loaded Voice und dann kommt hier die Lautschrift. Wundert euch nicht darüber, das kommt von diesem Print-Statement hier unten. Das braucht ihr technisch gesehen nicht unbedingt. Es wird euch trotzdem die Output.mp3 generieren. Denn hier zeigt es euch nur an, wie das Ganze dann tatsächlich in Lautschrift aussehen würde, glaube ich. Ähm, aber ja. So, und dann können wir das Ganze uns schon anhören. Ist im Ordner kokoro82-m. Das heißt, ich kann hier einfach sagen Output.mp3 und es spielt ab. Genau, ähm, das ist im Endeffekt alles, was ihr braucht. Und ja, jetzt könnt ihr hier den Text theoretisch auch so anpassen, wie ihr das wollt. Beziehungsweise das Ganze natürlich auch als, äh, als Funktion machen, die ihr dann woanders importieren könnt. Und ihr habt ein funktionierendes Text-to-Speech. Jetzt ganz kurz zu den Stimmen. Und zwar hier einmal AF. Das ist die Stimme, die gewonnen hat bei dem, ähm, bei dem Benchmark, beziehungsweise bei der, bei dem Ranking. Ähm, das ist ein Mix 50-50 aus Bella und Sarah. Das sind beides American-English-Stimmen. Ähm, ihr habt auch zur Verfügung die British-English-Stimme. Das steht hier unten drin. A ist American-English und B ist British-English. Wenn ihr eine andere Stimme haben wollt, könnt ihr das einfach benutzen. Und könnt dann einfach sagen, okay, ich möchte halt hier nicht die Voice AF. Das wäre von Null, von Eins, von Zwei, von Drei, von Vier, von Fünf. Nehmen wir einfach mal von Fünf, dann seht ihr den Unterschied. Das wäre dann die Stimme B, F, also British-English-Emma. Ja, lasse ich einmal ganz kurz laufen. Und das schneide ich auch. So, und das ist das hier. Und hört sich so an. How could I know? It's an unanswerable question. Like asking an unborn child if they'll lead a good life. They haven't even been born. Tatsächlich muss ich sagen, bislang gefällt mir AF, also einfach der Mix, der auch wirklich gewonnen hat. Und auch B, F, Emma am besten. Wenn ihr eine männliche Stimme wollt, könnt ihr Adam benutzen oder George. Die sind auch ziemlich solide. Und ja, damit kann man sich, glaube ich, tatsächlich relativ viel zusammenbauen. Also das ist sehr, sehr solide. Was ihr aber auch gemerkt habt wahrscheinlich ist, ihr habt nur A und B zur Verfügung. Also einmal American-English und einmal British-English. Was man allerdings hier bei der Webseite auch noch zur Verfügung hat, ist ja koreanisch, französisch, japanisch und chinesisch gewesen. Die sind noch nicht da. Die kommen wahrscheinlich noch. Das heißt, ja, müssen wir abwarten. Das Ganze kam über Weihnachten raus, deswegen kommt erst jetzt das Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem soweit gefallen. Ihr könnt damit was zusammenbasteln. Vielleicht euren eigenen Sprachassistenten, vielleicht euer eigenes Jarvis. Who knows? Ich bin sehr gespannt, was ihr sagt und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.